Dafür belohnt worden. Aus, vorbei, die Partie ist zu Ende. Was hältst du denn vor dieser Begegnung? Es war klar zu erkennen, sie waren auf der linken Angriffsseite stark, der Gegner war hinten rechts schwach. Also immer wieder über diesen Flügel kommen und die ganze Sache auf diese Art und Weise richten. Das haben sie clever gemacht. Es ist eine Mannschaft mit glasklarem Profil im Angriff. Sie versuchen es immer wieder über die Flügel. Das haben sie auch heute getan und dafür wurden sie belohnt. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020